Die Dunkelheit kriecht in den Wald. Anton ist 13 und ein Vampir-Fan. Die furchtbare Ahnung, dass Vampire... Keine Vampir-Geschichten mehr in diesem Auto. Hallo, Christian. Rüdiger ist 13 und ein Vampir. Höchste Zeit. Gib mir deine Hand. Dass sich die beiden verbünden. Denn die Gefahr... Der Duft von Mode und Verwesung. Ich blieche es aus 100 Metern Abstand. Ich helfe euch. ...lauert hinter jeder Ecke. Wir vertrauen unser Leben bestimmt nicht den Sterblichen an. Er ist mein Freund, darauf kommt's an. Und hinter jeder fliegenden Kuh. Den schnappen wir uns jetzt. Nach den erfolgreichen Kinderbüchern. Guten Tag, Sterblicher. Hallo. Der kleine Vampir. Der kleine Vampir. Und Galileo. Preis sind 9000. Aufenthalt. Der kleine Vampir. Perf ж.